Körper sind wie Biografien, Bücher, die darauf warten, gelesen zu werden. Wir entdecken, was dieser Mensch für ein Leben geführt hat, aus was für einer Welt er kam. Der Kaiser nennt das Zimmer eine Wunderkammer. Im Zentrum dieses Raums wird ein Mensch leben, ein ganz bemerkenswertes Exemplar. Lassen Sie mich meinem Vater begraben oder ich begrabe Sie. Ihre Museen, Ihre Palästen, Ihre Theater werden blutgetränkt sein. Ich lasse mich zu, dass der Körper meines Vaters benutzt wird. Untertitelung des ZDF, 2020